Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen Interview der Woche hier auf mv1. Ich melde mich heute aus unserem Studio hier im Rostocker Innovations- und Gründerzentrum in der Südstadt. Wir freuen uns natürlich, dass Sie wieder dran sind und wir haben auch ein spannendes Thema, was uns ja schon seit Monaten hier in der Stadt umtreibt, nämlich das Wasser und Abwasser. Die Wasser- und Abwasserbewirtschaftung. Dazu habe ich mir heute eine Expertin eingeladen. Eigentlich wollte ich hier heute mit Herrn Medling stehen, Roland Medling, Oberbürgermeister der Hansestadt. Aber er hat auf unsere Anfrage nicht reagiert, ist wahrscheinlich noch nicht in der Lage, zu dem Thema auch Auskünfte zu geben in der Öffentlichkeit. Frau Bachmann, Sie sind dazu in der Lage und wir als Bürger dieser Stadt auf der einen Seite, aber natürlich auch als Medien, haben uns gewundert, warum die Stadt sich 2014 für ein kommunales Modell entschieden hat. Die Bürgerschaft hat das entschieden. Das wird jetzt wieder alles aufgerollt. Warum hat man sich denn erst mal überhaupt für ein kommunales Modell entschieden, was die Wasserbewirtschaftung anbelangt? Also diese Verwundung 2014 kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil ich denke, Daseinsvorsorge gehört auch immer in die Hand der Bürger. Und das war auch der Grundsatz der politischen Entscheidung. Der Antrag ist ja von 2011, der stammt aus unserer Fraktion. Man hat sich dann nach der Oberbürgermeisterwahl 2012 dafür entschieden, das auch zu tun. Dann wurde zwei Jahre daran gearbeitet, an dem Modell und ist auch rechtlich hinzubekommen. Und 2014 wurde dann das Modell durch die Bürgerschaft entschieden, mit sehr, sehr großer Mehrheit und auch natürlich mit Unterstützung sowohl der Stadtverwaltung des Oberbürgermeisters als auch der kommunalen Betriebe und der Umlandgemeinden. Ja, 2018 soll das Wasser dann wieder in kommunaler Hand. Dann war es die letzten 25 Jahre in privater Hand. Nachdem sich auch der Oberbürgermeister so eingesetzt hat für eine kommunale Struktur, die Bürgerschaft hinter sich gebracht hat, auch die Umlandgemeinden, die ja mit an dem Wassermodell beteiligt sind. Was treibt den OB nun, diese Beschlüsse der Bürgerschaft und der 29 Umlandgemeinden, die ja auch ihre Parlamente befragt haben, wieder in Frage zu stellen und durch ein neues Modell zu ersetzen? Gut, also ich denke, es ist nachvollziehbar, wenn ein Oberbürgermeister einer Stadt noch einmal ein Modell prüft, wenn eine private Firma auf ihn zukommt und sagt, wir haben doch zusammengearbeitet, prüfen Sie doch nochmal ein neues Modell. Dass man dieses dann tut, ist nachvollziehbar. Allerdings, wenn man schon die ersten Prüfaspekte betrachtet, ist es dann nicht mehr nachvollziehbar, weshalb man eine Entscheidung kippen soll und weshalb man diese auch gegen 29 Umlandgemeinden tun soll. Deshalb spielt der zweite Aspekt eine Rolle. Das ist immer das große Thema der sogenannten Entschuldung. Da einen Traum zu haben, dass man mithilfe dieses Modells die Stadt schneller entschuldet, das steckt hier, glaube ich, dahinter. Dieses ist aber auch in Frage zu stellen. Warum ist das in Frage zu stellen? Sie haben es ja selber beschrieben. Das ist ein hehres Ziel, die Stadt zu entschulden. Und wenn man das so schnell wie möglich erreichen könnte, kann man doch vielleicht auch dieses private Modell fahren, wenn einem das so viel Gewinn verspricht, wie es jetzt verspricht. Ja, gut, einmal den versprochenen Gewinn, der durch die Medien ging, 50 Millionen, den gibt es gar nicht. Es gibt im Prinzip genau das, was die Privatfirma auch jetzt erwirtschaftet hat, kann auch die kommunale Seite erwirtschaften. Deshalb ist zu fragen, warum soll das die kommunale Seite nicht tun, weil dann kommt es ihr ja direkt zugute und geht nicht auch in eine Gewinnabführung des Privaten. Es kommt einmal hier dem Bürger zugute und unserer Infrastruktur. Insofern macht das wesentlich mehr Sinn. Auch gerade langfristig gesehen könnten wir dann auch unsere Wasserpreise senken. Ich glaube, das hat einen höheren Wert, als jetzt ganz schnell eine Stadt zu entschulden. Die Entschuldung einer Stadt ist nicht ein Wert an sich, sondern sie muss im Komplex betrachtet werden. Und hier haben wir, denke ich, immer die Möglichkeit, so wie es Eurowasser bisher getan hat, eine Summe über die 10 Millionen hier auch als produktiven Gewinn zu machen. Und dann werden wir schauen, wie wir damit umgehen. Das kommt Gebührensenkung und Fragen, Infrastruktur und vielleicht auch eine gewisse Abführung an den Haushalt. Aber wir sind eben auch mit 29 Gemeinden beteiligt. Rostock kann sich auch nicht diesen Vorteil alleine einheimsen, sage ich mal. Ja, trotzdem sagen natürlich viele aus der privaten Wirtschaft, das hört man ja immer wieder, auch aus der Parteipolitik, dass, wie gesagt, ein Kommunaler gar nicht so gut wirtschaften kann wie ein Privater. Die sind wesentlich effektiver natürlich und holen noch wesentlich mehr Gewinn aus dem Thema raus, mit dem sie sich jeweils beschäftigen. Also eins, arbeiten unsere kommunalen Unternehmen hier ausgezeichnet und dieser Vorwurf wäre ihnen nicht zu machen. Das heißt, sie arbeiten mindestens genauso. So steht es auch in der Kommunalverfassung ganz deutlich drin, es ist an den Privaten nur dann zu geben, wenn der Kommunale es nicht mindestens genauso kann. Das heißt, schlechter kann und das haben wir hier nicht. Und die zweite Frage ist natürlich, möchte ich mit Daseinsvorsorge tatsächlich immer Gewinn machen? Sollte ich nicht die Daseinsvorsorge absichern und die kostendeckend machen? Das ist eigentlich der Sinn dann einer Kommune. Wir haben ja auch diesen Verbund über die RVV, dass wir die Einnahmen aus der Stadtentsorgung nutzen für die Stützung der Straßenbahnen. Und alle diese Dinge sind ja im Komplex zu sehen. Die Stadt ist ein Gebilde und wir haben uns um die Daseinsvorsorge zu kümmern. Und dazu gehört Wasser mit an erster Stelle. Ja, da kann man sich natürlich fragen, warum die letzten 25 Jahre nicht? Warum war es die letzten Jahre, die letzten 25 Jahre in privater Hand? Das ist natürlich eine wichtige Frage. Dadurch sind der Stadt, wenn ich jetzt mal hochrechne, sind der Stadt 250 Millionen Euro entgangen. Das ist natürlich als erste Frage. Wenn ich mir dann in Deutschland weit Modelle angucke, dann ist 90 Prozent der Abwasser- und Wasserwirtschaft in kommunaler Hand. Also warum hat das Rostock genau so gemacht, wie es das gemacht hat? Das ist ja richtig dumm, sagen viele andere Menschen, nicht nur ich. Ja, zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht in der Bürgerschaft, sodass ich den konkreten Ablauf nicht nachvollziehen kann. Ich weiß nur, es war ja eine knappe politische Entscheidung. Es waren hier auch gerade die Fraktionen daran beteiligt, die jetzt für die Rekommunalisierung dann eingetreten sind. Ich denke, man hat damals einfach davor zurückgeschreckt. Und in dem Moment war es dann vielleicht auch richtig, die Infrastruktur komplett zu sanieren. Das hat hier der Private angeboten. Wir übernehmen die Infrastruktur, sanieren, dann habt ihr nicht diese Kosten in dem Moment. Aber langfristig gedacht ist das immer keine gute Aktion. Für den Moment ja. Und man muss vielleicht auch noch mal klarstellen, wir kündigen eurer Wasser nicht. Der Vertrag läuft aus. Es ist einfach zu Ende. Und jetzt macht die Stadt es wieder selber. Jetzt haben wir die Wirtschaftskraft, die Infrastruktur uns zurückzuholen und auch zu erhalten. Und ich denke, dann sollte die Stadt das auch nutzen, so wie 90 Prozent der Kommunen in der Bundesrepublik. Ja, es ist auch ganz interessant, wenn man die Preise vergleicht, wenn man nämlich ins Umland fährt. Zum Beispiel, dort gibt es einen Zweckverband oder es gibt Stadtwerke, die das Wasser betreiben. Und überall letztendlich ist das Wasser rund ein Drittel günstiger als Nordstock. Das wirft schon Fragen auf, warum hier der Preis so hoch ist. Das begründet man ja mit bestimmten Situationen. Wasserentnahme aus der Warnow und so weiter und so fort. Ist das wirklich der Grund, der Hintergrund? Das ist sicherlich ein Punkt, wobei wir dort, das ist auch ein Zukunftsthema von der Oberflächenwasserversorgung, wahrscheinlich umstellen müssen. Das ist nämlich genau das Thema der Zukunft. Und der zweite Grund ist natürlich, dass ein Privater auch an seinen Mutterkonzernen abzuführen hat. Also das ist ja auch einer der Gründe, weshalb Rostock das Geschäft alleine machen will, weil wir immer davon ausgegangen sind, es wirft wahrscheinlich über 10 Millionen ab. Aber wir kommen da gar nicht ran und wir können auch gar nicht wirklich einsehen, wo liegt jetzt hier der wahre Gewinn in dem Geschäft und was könnten wir damit eigentlich selber machen? Sie sprachen es an, 50 Millionen liegen noch beim WWAV, also beim Warnow Wasser-Abwasser-Zweckverband. 50 Millionen, die als Rücklage gebildet wurde. Das war ja in den Medien, dass die Stadt, also der Oberbürgermeister, auch auf diese 50 Millionen stiert und sagt, damit kann ich die Stadt natürlich sofort entschulden. Nein, es hat ja zwei Aspekte. Erstens gehört das Geld nicht der Stadt, sondern dem WWAV und damit der Rostock und den Umlandgemeinden. Und zweitens ist das, wie erwähnt, die Rücklage ja für die Infrastruktur. Wenn man die Infrastruktur zurückkaufen möchte, dann braucht man dieses Geld. Dafür ist es angelegt, dafür ist es auch angespart. Das war ja der Sinn, es anzusparen mit Beginn des Vertrages. Und wenn ich die Infrastruktur zurück habe, brauche ich sie nicht wieder neu mieten oder pachten, weil in dem neuen Modell müsste ich die Infrastruktur ja wieder weiter pachten. Und Pacht ist immer teuer, langfristig gesehen, als wenn ich es selber kaufe und dann auch selber mache. Wo steht denn die Bürgerschaft jetzt? Steht die nach wie vor hinter dem kommunalen Modell? Oder ist das wieder in Frage gestellt? Also es ist gar kein Zweifel, gibt es bei den Fraktionen Rostock und Grauer Aufbruch 09, bei den Grünen und bei den Linken. Die SPD ist aufgrund des Agierens einiger Führungskräfte in dieser Stadt im Moment noch in der Diskussion. Es gibt fast die Hälfte der CDU, die das auch nicht mitmachen wird. Und in der SPD denke ich auch. Also ich habe bereits einen interfraktionellen Antrag eingereicht an die Fraktion und hoffe, dass er in den nächsten Tagen auch unterschrieben wird. Wir warten jetzt mal ab. Am Sonnabend hat die SPD noch einen Parteitag. Wasser wird dort ein Thema sein. Und ich denke, dann wird es auch die Unterschrift dieser Fraktion geben. Aber gerade bei den Sozialdemokraten müsste man doch eigentlich voraussetzen, dass dieser kommunale Betrieb von Daseinsvorsorge ja nachvollziehbar ist und ein sozialdemokratisches Hauptthema eigentlich ist. Zumindest in anderen Kommunen wird das so gesehen. Ja, also ich fand das 2011 schon spannend, als die Sozialdemokraten den Antrag immer vertagt hatten bis nach der Wahl. Und 2012 haben sie dann selber gesagt, das Wasser, haben sie damit plakatiert sogar, das Wasser in kommunaler Hand. Und insofern vertraue ich dort der Mitgliederversammlung der Sozialdemokraten, dass sie auch bei dieser Entscheidung bleiben. Ja, Frau Bachmann, an dieser Stelle vielen Dank fürs Interview. Liebe Zuschauer, es bleibt spannend. Wir bleiben dran am Thema. Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen und natürlich noch eine schöne Adventszeit. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Interview der Woche hier auf MV1. ZEEN ZEEN musik Untertitelung des ZDF, 2020